Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, in die Schuppe gespuckt, anzunehmen bei Grato. Bimfus ist eine tägliche Quest. Soweit ich weiß, kann man die nur sehen bzw. annehmen, wenn man in Neuheim bei der Muschel sich ein Verbündeten ausgesucht hat. Also, falls sie vorhanden ist, weil es gibt mehrere tägliche Quests und die wechseln irgendwie durch, nehmen die Quest gleich mal an. Falls ich die Position noch nicht gezeigt habe, hier will sie anzunehmen. Gleich neben dem Flugpunkt Aschenstrand. Und nun soll man 20 Hydraschuppen sammeln. So sehen diese Hydras aus. Es gibt auch noch so weiße oder hellgraue. Und es gibt auch noch Elite Hydraschuppen, die werde ich allerdings nicht bekämpfen. Ich glaube, die geben auch nicht mehr Schuppen als die normalen. Ich glaube, einmal habe ich aus Versehen eine geädetet und habe sie dann getötet. Es war nicht besonders schwer, aber es hat einfach nur lang gedauert, weil die wesentlich mehr Leben haben als die normalen. Also die hat 204k und die Elite hat 914. Und es ist doch ein Unterschied. Solltet ihr meinen Kanal supporten wollen ein bisschen, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren und oder dem Video einen Daumen hoch geben, würde mich sehr freuen. Auch zwei Hydraschuppen, ich glaube sie können bis zu vier geben. Mal schauen, ob ich euch das noch zeigen kann. Ich habe mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da poste ich das Software, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Natürlich könnt ihr da auch Kommentare hinterlassen. Vor allem, wenn ihr keinen YouTube-Account habt, dann habt ihr vielleicht einen Facebook-Account. Ihr könnt also auch da kommentieren. Natürlich kann man die Seite... Habe ich vorhin Facebook-Kanal gesagt? Facebook-Seite meinte ich. Falls ich Kanal gesagt haben sollte. Da waren jetzt zwei drin. Ach ja, natürlich könnt ihr die Seite natürlich... Sehr viele Natürlichs in meinem Satz. Genau, die Seite liken, abonnieren und was alles so möglich ist auf Facebook. Falls ihr wollt, ist mir aber nicht so wichtig wie der YouTube-Kanal. Und wie ihr seid, drei Hydras sind ziemlich übel. Ich glaube, da werde ich jetzt sterben, obwohl hier einer ist gleich tot. Ich konnte mich gerade noch so retten. Ich will mich heilen, ich sterbe gleich. Weil die hinterlassen auch einen Debuff, bei dem steht zwar nichts dabei von Schaden, aber gefühlt macht irgendwie Schaden. Und da habe ich jetzt 10 gelootet. Logischerweise, ich habe ja drei Hydras auf einmal getötet. Werde ich aber jetzt nicht wiederholen. Einzeln genügen sie mir. Und wie man sieht, addet man auch alles mögliche. Und dann hätte ich halt die Schildkotte. Und danach noch die Hydra. Ich brauche ja nur noch drei Stück. Mal schauen, wie viele ich jetzt bekomme. Drei Stück. Wunderbar. Quest ist bereit zur Abgabe. Gleich bin ich auch schon da. Aha, der Padvolift. Das wusste ich auch nicht. Quest ist abzugeben, bei Quattro Schwimmfuß. In Nasatab. An dieser Position. Hoffen, mein Video konnte euch helfen. Ciao.